Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute hat die neue Aktion, Erfolgquellen des Verständnisses, wieder mal angefangen. Das heißt, man kriegt mehr Ertrag für sein Harz in Sphären und diesmal sind es wieder die Fähigkeitsbücher-Sphären. In letzter Zeit sammelt sich die Weisheit der Umgebung in den Sphären an, nutze die Kraft des ursprünglichen Harzes, um den silbernen Baum wieder erblühen zu lassen und dann seiner Erfahrung teilzuhaben. Das geht ja wieder nur dreimal am Tag, wie meistens, also wie bei den Blüten der Offenbarung quasi, beziehungsweise dem Blüten des Flusses der Elemente wohl eher. Und das Ganze findet einmal in Inazuma, Liyue und Mondstadt statt, also bei allen Fähigkeitsbüchern. Und mein Tipp ist tatsächlich, also man macht einfach die Sphäre und kriegt dann das Doppeltück quasi, steht da hier dabei. Ist ja nicht so kompliziert, aber mein Tipp tatsächlich ist, falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das nutzen solltet oder keine Ahnung. Ich habe das am Anfang tatsächlich auch teilweise nicht gemacht, wobei ich das im Nachhinein ehrlich gesagt nicht mehr nachvollziehen kann. Gut, heute ist Sonntag, das heißt, man kann alle Bücher bekommen. Das heißt, man kann sich quasi aussuchen, welches man will. Ich nehme immer einfach das, wo ich am wenigsten die Lerne habe. Das macht mir die Entscheidung eigentlich immer am leichtesten. Aber mein Tipp ist tatsächlich, weil ich war mir auch immer nicht sicher, weil ich habe halt, wie ihr es gerade schon gesehen habt, ich habe von vielen Büchern, habe ich einfach welche auf Vorrat gefarmt, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich einen neuen Helden bekomme, zwei Wochen lang Fähigkeitsbücher farmen muss, so ungefähr. Wobei es für einen Helden eigentlich nicht so viel ist. Aber einfach, damit ich immer was auf Vorrat habe, dass ich halt quasi immer fast direkt den neuen Helden dann auch pushen kann und nicht erst farmen muss. Und es ist so, wenn man das halt hat, also wenn man halt nicht wirklich direkt halt Fähigkeitsbücher aktuell braucht, sondern die vielleicht entweder nur auf Vorrat sammelt oder vielleicht einfach gar nicht haben will, würde ich es aber trotzdem nicht ignorieren, weil man spart sich ja einfach 20 Harz, wenn man die doppelte Menge bekommt. Und ich mache es dann immer so, ich fahre dann einfach einmal Monstert, einmal Lioe und einmal Inazuma. Das heißt, gut, jetzt am Sonntag, wie gesagt, dann nehme ich dann einfach, also mache ich auch einmal Monstert, einmal Lioe und einmal Inazuma. Aber ich nehme dann einfach immer die Bücher, wo ich am wenigsten habe. Aber normalerweise ist es sehr lockt, also dienstags kriegst du nur das Buch, montags kriegst du nur das Buch und so. Und das passt dann perfekt, weil dann hast du quasi ungefähr gleiche Verteilung von den Büchern, die du bekommst. Und dadurch, dass ja andauernd neue Charaktere sowohl aus Lioe als auch Monstert rauskommen und später, wenn Inazuma nicht mehr die Hauptregion ist, der aktuellen Updates. Wobei jetzt im Version 2.7 Update wird es wahrscheinlich eher wieder um Lioe gehen wahrscheinlich, oder 50-50 wahrscheinlich Lioe und Inazuma. Aber auf jeden Fall die alten Städte, also Monstert und Lioe, kriegen ja auch noch neue Figuren, die auch wieder die alten Fähigkeitsbücher brauchen. Und von dem her wird das immer relevant sein wahrscheinlich, dass man auch von Monstert-Fähigkeitsbüchern welche auf Lager hat. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich eine ganz gute Taktik. Schwierig wird es dann irgendwann, wenn Sumeru rauskommt und man dann noch eine Sphäre hat mit Fähigkeitsbüchern. Aber spätestens, wenn das passiert, müssten die Entwickler schon fairerweise, naja, das Limit erhöhen, also von 3 auf 4 und generell wahrscheinlich einige Limits erhöhen, weil sonst werden die Spieler wahrscheinlich nicht mehr so zufrieden sein. Aber ja, das war es im Endeffekt. Also vergesst es auf jeden Fall nicht. Das sind sieben Tage, das heißt jeden Tag dreimal, also 21 Mal insgesamt kann man sich hier die doppelte Menge holen. Und das wirkt sich schon extrem aus. Also da spart man sich unglaublich viel Harz und würde ich mir nicht entgehen lassen. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, würde mich sehr über ein Like, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.